Weil ich euch nichts voressen möchte. Weil ich jetzt gerade noch... Ach, ihr seid doch schon in der E-Aktivität drin, oder wie? Ihr seid ja wild. Der E-Aktivität. Das jetzt. Ich kann eigenes Sound hinzufügen. Ja, das ist nicht gut. Der Gbc schreibt mir einen Satz für Gartik. Äh, keine Ahnung. Irgendwas random. Wichtig ist, es muss auf jeden Fall mit der frühen amerikanischen Geschichte zu tun haben. Und sollte Koalisierung einschließen. Alter. Junge. Oh, bitte nicht. Du fässt es nicht. Äh, was ist das denn? Ich weiß eigentlich, wie größer man machen hier. Das wäre voll hilfreich, jawohl. Kann man nicht ausfüllen? Hoppla. Wie viel Zeit habe ich denn? Wo steht denn das? Lauf da oben ab. Scheiße, das ist zu wenig. Was ist das denn? Länger. Größer. Oh wow, ich kann es als Block ausfüllen. Nein, zurück. Fuck. Eigentlich ist es eine Stunde früher gewusst. Restart. Hab ich doch gesagt, Farbe wechseln, du. Wix-Programm, du. Ich seh mir die. Ja. 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 Ich hab noch nicht so schön gezeichnet. Er hat noch nie gezeichnet. Gezeichnet. Das ist richtig. Nein. Doch. Oh. 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 Ich bin gerade so satisfied stolz auf das, was ich hier mache. Ja, ich auch. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, es ist alles in einer Farbe. Du kannst zurück machen, du kannst zurück machen. Ja, ich weiß. Es wäre interessant, wenn einem das spät auffällt. So, alles fertig gewahlt, guckst du das erste Mal auf den Bünder. Ist nix. Ich habe in weiß gewahlt. Ah, verdammt, das ist ja gar nicht. Nein, nein, jo. So. Was ist denn das eigentlich bei Madding? Einzelmännchen und der... Das ist Chardonnay. Ja, das ist Chardonnay. Heißt der so? Ja, weil der so viel gekostet hat wie ein Glas Wein. Was? Ja. Hä? Was ist das denn? Der ist von der Messe. Was ist das? Hä? Ich muss jetzt schreiben, was hier ist. Hä? Ähm. Hm, hm. Okay. Ei, ei. Kann sein. Möglich. Oh. Ach, fuck, der ist ja. Ich bin einfach blind. Duped. Wow. Mein Bullshit. Kann das sein, was die dumm sind oder sowas? Also, was ist das denn? Oh, da kann man ausfüllen. Ja, da kann man ausfüllen. Total toll. Hat mehr vorher? Keiner. Hä? Hallo, wieso bist du nicht? Ja, ja, da kann man ausfüllen. Wie toll. Wieso geht das nicht? Sollte nicht nach Nekomi aussehen. Das ist halt fast so gut wie, da hat drei Stunden festgestellt, dass man in einer Farbe mal ist. Boah, das wird wieder richtig schön. Du bist ein bisschen überzeugt von dir, kann das sein? Ich schon, ja. Ich bin das gar nicht gewohnt. Dann habe ich noch kein Bild gehabt vor dem Atmen. Ich habe noch nichts Schönes gesehen. Ja, gut, schön ist ja auch relativ. Mal den wir auch nicht, weil wir dich noch nicht sehen. Ja, ich weiß nicht, ich will erst fertig essen. Was gerade schwierig ist, weil ich malen muss. Ja, gut. Der Mund kann malen, während du mit den Händen malst. So. Jetzt kriegen wir zwei Personen im Hals. Ich kriege ein Hals. Du kriegst keinen. Boah. Gibt es hier nicht so, kann ich hier nicht fetter machen? Ist er ein großer oder kleiner? Oh. Hä? Warum ändert sich die Farbe? Wow. Farbschwäche Kicks. Okay, das tut mir jetzt wahnsinnig leid. Das kriegt keiner raus, aber ich bin irgendwie trotzdem stolz. Mhm. Das war's. Du, von dir erwarte ich eigentlich nur einen Picasso heute. So wie du von dir selber überzeugt bist. Oh, ich bin so konzentriert. Ich bin fertig. Ich bin perfekt. Noch ein Schiff, mal segeln, eine Kanone. Digga, Oberamerika. Oh, da wollte man ihn schon auch da. Und jetzt? Jetzt kommt er an die Ecke. Jetzt ist er da. Achtung. Wies geworden jetzt. Nein, ich hab was vergessen. Okay, das ist super wack geworden. So. Die Kamera ist genau vorm Atmer. Ich will ihn mir nochmal angucken. Was? Aber es ist genau vormatisch geklemmt. Was? Was? Mega gut. Ähm. Äh. What? Was soll das sein? Na, also mein letzter Zeichnung war auch. Die war schon ziemlich cool. Alles klar. Ich bin super für gewünscht. Aber ein fehlender Hase. Der anders fehlende Hase. Der anders fehlende Hase. Der Hase ist pleite. Oh, es geht los, es geht los. Okay. Habe ich eigentlich gesagt, dass ich nicht zeichnen kann? Ja. So, meine Damen und Herren, schaut euch das an. Was? 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 Das ist Malitz Chardonnay mit seinem kleinen Lied. Das war das, was wir auf seinem Bild gesehen haben. Ja. Ja. Was ist das? Leck, guck mal. Das Bild war auch ein bisschen da. Oh, das ist süß. Oder die lebt. Leck, ja. Ja. Verstehe. Quasi. Ich fand meins toll. Ihr seid alle Wichse. Ah, jetzt hab ich's gerafft. Oder Thomas. Ach, da ist die hin. Geil. Das ist das, Mann. Krieger. Was, ihr grüßt? Das ist ja wohl klar, dass das eine Diamant-Spit-Sacke ist. Das sieht man so. Ja gut, aber ich wollte ja die Szene beschreiben. Du hast aber dich beschrieben. Ja, Leute. Ah, ach so. Das, ja, das hab ich nicht gekriegt. Ich hab das bloß eins Fragezeichen nicht gerafft, aber den Rest hab ich verstanden. Ich glaube, ich hab dann... Ja, das hab ich gekriegt. Ja, das passt. Du denkst auch nicht drauf. Kommt der gar nicht, oder was? Der ist in Vietnam. Ach so. Ausdehung. Als ob die keine Internet hätten. Ist der jetzt schon in Vietnam? Der hat Bilder geschickt, das ist ja neu. Ja, dann ist er wohl in Vietnam. Geil. Ja, das ist möglich. Ja. Ich hätte auch einfach sagen können, dass er keine Lust auf uns hat. Echt so. Hätte er auch mal Prioritäten dazu sagen. Richtig. Ja. 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 Ich verstehe. Ich verstehe. So gut. Escalate quickly Hey Storben Oh, schön Doch, Marcel, in der Tat guckst du eh, findest du dich wertvoll Ja, ich hab das auch gemalt Oh krass Und das sieht nicht so aus Ich hab so jetzt checkt, dass es schmilzt Ja, so Oh krass, das hat sich gut durchgezogen In der Tat Und ich war auch stolz auf den Schmilz Ja, ich weiß, mein Sand war zu Rosé Das ist ein Rosé-Sinn Ich glaube, es hätte auch keinen Unterschied gemacht, wenn du den Sand stattfam Da ran lag Gut, dass das das Problem war an der Wüste Also ich würde jetzt sagen, das ist einfach ein schöner Sonnenuntergang Und da leuchtet das halt ein bisschen rötig Also ich glaube halt, wenn du den See oder die Oase einfach nur in die Mitte, dass du siehst, dass es ein See ist Dann wäre es halt Aber so ist es halt das Meer Aber nee, der Sand war das Problem Der Sand war das Problem Hey, man sieht eindeutig, die Sandfarbe ist ein Problem Alles andere sollte klar auf Oase hin Kann ich jetzt dieses Bild auf meinen einen Monitor und das andere auf den anderen machen? Pop out Vorsicht Oh Findest du deinen Platz verlieren? Nee, ich will nicht gehen Tschüss Ich will einfach nur Pop out machen Mach's gut, ich war in Vietnam Ja, wenn wir Ich will doch einen Pop out machen Vorsicht Alter, eine Runde Chess in the Park Wie geht man hier raus? Hilfe, Hilfe Ah nee, das ist jetzt nur das Aktivität beenden Was? Fuck Aktivität beenden, wo geht das? Links Ich bin verwirrt Ach da Okay, cool Ich bin der Birdlight, Dead by Daylight Ähm, äh, ich bin raus Ja, klar Wir sind zu viert, wir können auch eh spielen Oh, ist gut Hi, Moin Wir haben Dead by Daylight Wir haben Ich hab Cashew Wir haben Goose Goose Oder wir haben Goose War ja das nochmal, dass wir mal sowas spielen, oder? So Goose Goose Und wie ist es auch Company? Ich dachte, das spielen wir erst nach 12, aber das können wir auch spielen Warum? Ja, das ist ja so Spiel Ja, das ist echt RADS Ich bin wizard systematically Ich bin faithful Aber ey Ich bin roads Ich bin Ich bin Ich bin